suche nach kandidaten ich habe mal wie viel das wir haben von 88 bist du etwa der söldner der hier seit kurzem auf jagd geht scheint so musste ich so viele bestien wurden diesen monat im viertel erlebt je höher diese zahl desto sicherer ist es bei uns in den slums das ist alles dein verdienst mach weiter so ok es wird auch ordentlich vergütet kriegte was 10 20 50 heiltrank seelenneuerung mp boost also wir müssen 15 mindestens 50 monster erledigen und dann kriegen wir zumindest eine neue material schon zurück ja klar was denkst du die gefahr ist erstmal gebannt seid ihr schnell allerdings wir haben dich übrigens schon angepriesen ist ja interessant fragt sich was ihr den leuten erzählt habt ist doch egal wenn du weiter gute arbeit abliefert spricht sich das schon von ganz alleine hast du die mods schon probiert ja natürlich ein tolles schwert habt bestimmt viel erlebt zusammen ja ziemlich viel auch migräne anfang alles ok geht schon was hast du in den letzten jahren eigentlich so gemacht nichts besonderes ich wüsste trotzdem gern gehen wir etwas spazieren zeit haben wir ja noch was ist los wir könnten eigentlich auch gleich etwas arbeit für dich suchen willst du vorher noch was einkaufen nicht nötig bin mir sicher dass der waffenhändler seine meinung über dich inzwischen geändert hat auch bestehst okay also gehen wir jetzt mal zeigen kaufen oh what the fuck ist das hey junge man erzählt sich dass du angeblich keine gegner scheust und für aufträge zu haben bist dein können hat sich wohl herumgesprochen komm auf den punkt hör mal tut mir leid dass ich vorhin so ungehalten war war ein mieser tag du brauchst doch bestimmt gute waffen um deine aufträge zu erledigen oder kannst die da haben als entschuldigung wenn jemand wie du eines unserer schwerter schwingt ist das gute werbung für mich na gut kann ich dich vielleicht sonst noch irgendwas begeistern ich schaue mal ok waffen rüstungen oh sterne ich brauche zwei sterne ich sehe schon ich brauche mindestens einen sternreif für die zwei slots und ich kann mir wahrscheinlich dann den eisenreif nicht mehr leisten aber das reicht ja schon mal wir haben jetzt eh nur tiefe in der gruppe von denen brauche ich wahrscheinlich nichts so das ist ja vielleicht ein kraftreif aber den kann ich mir nicht leisten kaufen wir auf jeden fall mal einen stirnreif und den rest kann ich mir genug verkaufen dass sich das ausgeht heiltränke superdrank ich könnte ein äter zwei äter verkaufen und nochmal fünf neun von denen wie viel habe ich da so jetzt müsste ich noch was ausgehen den eisenreif brauchen wir nicht haben wir gesagt aber eine kraftreife haben wir nehmen weil zwei kraftreife einmal für tiefe einmal für verklaut ok ab ab im chat wird wird gefragt dass sewan im discord fragt wo man die vorbestellermaterial bekommen kann wir schauen gleich im menü nach da gibt es einen eigenen punkt dafür ich nehme auf jeden fall den kraftreif jetzt mit so eine neue waffe erhalten und kannst damit auch zugehörige waffen fähigkeit erlernen fertigkeit erlernen erreicht die geschicklichkeit deiner waffenfertigkeit als maximalwert kann sie dann auch verwendet werden wenn eine andere waffe ausgerüstet ist das heißt jeder beim buster schwert ist das glaube ich der impulsheb und hier ist dieses ist es dieser drei angriff bei dem eisenschwert und impulsheb ist automatisch automatisch komplett gelernt weil wir damit schon einige zeit gekämpft haben jetzt ist der kraftreife ausgerüstet für weitere aufträge dann fangen wir mal an zuerst sollten wir bei weimar vorbeischauen wer ist das er verteilt die aufträge die bei der bürgerwehr eingehen genau die richtige anlaufstelle für einen alleskönner und wo finde ich ihn um diese zeit sollte er in der wachstube sein die wachstube ok polizei oder wie ähm gut hier gibt es einen punkt als dlc ähm und die kann man sich wenn man den code eingibt gibt es in dem in dem menü kann man sich die materials dann dafür holen und nachdem das die digital deluxe ist und pre-order pre-order heißt ich kriege kaufunkel und digital deluxe heißt ich kriege kackta und chocobo kücken und die müsste ich auch jetzt eigentlich schon haben aber ich ähm ich kann sich glaube ich noch nicht einsetzen weil ich glaube die kommen in einen speziellen slot einen separaten slot der später frei geschalten wird glaube ich je nachdem wenn die waffe hoch genug ist was ich eigentlich wollte ist ausrüsten da werden wir das machen und jetzt sogar einen slot mehr wow kum 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 ok das passt sie kriegt noch einen kraftreif das heißt er nimmt da den äh ausüchter und umschlag Und sie kriegt, nein, er kriegt den Sternenreif, sie kriegt den Eisenreif, das heißt, ihr geben wir noch die Frost, dann haben wir noch einen Slot offen, den wir mit einer, irgendwas befüllen können, was wir spät bekommen. Also den Auswärtsumschlag brauche ich sowieso nicht eigentlich, ich nehme nur deswegen mit, weil ich jetzt die Punkte, in die Materialien investieren werde, falls ich sie später brauchen kann. Gut, was war's eigentlich? Genau, mit Beschwerdmaterial kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper herbeirufen. Ja, und da sieht man in dem kleinen Videobeispiel, dass es da einen eigenen Slot gibt. Wir hatten in speziellen Waffenmaterial Slots angebracht, es kann nur eine Material zur gleichen Zeit, ja, und der wird erst freigeschalten wahrscheinlich, das heißt, ja. Ja, ja, ich werde den Auswärtsumschlag sowieso ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass ich ihn oft verwenden werde, das meinte ich damit. So, aber wenn wir ihn jetzt schon haben, dann ist es natürlich kein Problem. Bist du der Kerl, der diesen... Ah, da ist der Weimar. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, ho, ho, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Okay, über das Motiv Aufträge kannst du mit R2 auf der Karte alle Aufträge einsehen. Aufträge können parallel ausgeführt werden. Okay. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Was? Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen, auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chetley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Wirst du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch richtig tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Okay, Kampfberichte. Werden wir uns gleich mal anschauen. Ah ja, da. Untersuchung zu den Besten, Meat Girls. Verwende Analyse bei zwei Gegnerarten. Okay. Aber, wie Renzo im Chat richtig mitgeteilt hat, können wir die neue Eisenklinge auch gleich direkt modifizieren, weil sie hat gleich die zehn Punkte, die wir vorher auch beim Buster Schwert hatten. Das heißt, die Waffenpunkte steigen allgemein bei allen Waffen. Auch im Hintergrund, wenn man die Waffen noch nicht hat. Und man kann sie gleich verwenden, wenn man die Waffe bekommt. So, TP boost. Physische Abwehr. Kontra plus. Erhöht den Schaden. Kontra während der Offensivhaltung. Erritter nach physischen Schaden. Man blockt minus zehn Prozent. Das machen wir für jeden Fall. Physische Abwehr plus vier. Ist auch gut. Das ist quasi ein eher verteidigungsausgerichtetes Schwert. So, jetzt schauen wir mal kurz die Material noch an. Der hat jetzt eh... Nein, wir wollen eigentlich hier... Äh, nein. Oh, oh cool. Ich wollte eigentlich das hier... Eigentlich wollte ich das nicht machen. Ich wollte hier den TP boost. Hier wollte ich die Analyse... Und hier wollte ich den Ausweichrund... Nein, eigentlich auch nicht. Ich wollte... Ich wollte die Chakra wieder reingeben. Dann haben wir hier Analyse, TP boost. Heilen, Glut und dann fehlt noch der Ausweichrundumschlag. So. Ich glaube, so passt. Wir haben hier Glut. Frost und Gewitter bei Tiefer. Chakra bei Tiefer. Ausweichrundumschlag bei Cloud. TP boost bei Cloud. Und Analyse bei Cloud. Weil wir werden sehr viel mit Cloud spielen. Und das heißt, wir können Analyse wahrscheinlich mit Cloud öfter anwenden. Weil wir den... Dafür natürlich auch einen ATP-Balken brauchen. Lassen wir es mal so. Also, wir müssen jetzt Analyse auf zwei... Auf zwei Gegnerarten anwenden. Moment. Ah, da ist ein freier Slot jetzt. Oh, okay. Da kann ich einen... Ah, eine von den... Von den... Summons einsetzen. Okay. Okay. German Stick auch kurz mal an. Kafunkel. Ermöglicht die Beschwerung. Kafunkel, Aneressbar. Rubinlicht. Perlenglanz. Mit Diamantenglanz kann gleichzeitig MP Heilung. Medica und Angry. Das ist viel zu stark. Das ist viel zu stark. Kaktor. Speziale Taktik 10.000 Strachgang hat. Große Schockpotenzial. Lädt er die Belastung seiner Gefährten auf. Ist auch cool. Auch stark. Chocopo Küken. Damalsschwäche optimal hat. Die Speziale Taktik Chocopo Flare. Ist dann im Moment neutral. Das heißt, der macht Schaden. Der füllt die Schockleiste. Und der ist zur Verteidigung. Hallo Yves übrigens. Ja, ich werde... Ich setze jetzt mal eine ein. Oder... Ich setze mal eine ein. Ich glaube, die... Die... Abgesehen davon, dass sie unsere TP steigern. Ich glaube, die kommen eh nicht zum Tragen. Weil die laden sich nur in Spezialkämpfen auf. Und ich werde wahrscheinlich Karfunkel nehmen, weil das... Der ist, der am wenigsten lieber ist. Schauen wir mal. Gut. Nächster Aufträger. Da gibt es Aufträge. Ich will auf jeden Fall den machen. Ich weiß, was das für eine ist. Den kann ich auch. Die werden wir gleich alle mal annehmen. Und dann gleichzeitig... Äh, lösen, glaube ich. Ich stehe mir jetzt viel zu alt für das kleine Mädchen. Ah, danke Yves übrigens für den Sub. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihn Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Wir suchen jetzt Katzen. Wir suchen Katzen. Das machen wir als erstes gleich. Äh, und weil ich schon weiß, wo die alle sind, weil ich mir das vorher schon angesehen habe, gehen wir gleich zur ersten Katze. Jaja, Analyse. Wir werden auf jeden Fall dauernd Analyse verwenden, weil wir das erste Mal spielen. Oh! Katze! Das sind übrigens die Texturprobleme. Ich finde es jetzt nicht tragisch. So, erste Katze. Die Katze kennen wir schon. Die Katze kennen wir schon. Die dritte ist irgendwie da drüben, glaube ich. Da gibt es auch einen neuen Auftrag. Oh, da gibt es auch einen Auftrag. Umgezieht in der Fabrik. Rattenplage. Wie ich Rattenplage gelesen habe, habe ich kurz gelesen. Rantanplan. Das ist der Hund von Nakelubuk. Äh, wo ist das? Wo ist das? Ist vorbeigelaufen. Ups. Ah, das ist in dem Shop da drinnen. Okay. Asratten? Wir lachen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorreden zurück. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nur einen Ruf zu verlieren. Hä. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Asse, hm? Verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchen Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Okay. Zuerst Katzen suchen. Zuerst Katzen suchen. Ah, das ist der, das ist der Nebenauftrag, den wir für Chatly schon angenommen haben. Glaub ich. Ja. Da bin ich her. Seit wann essen Katzenbrot? Ich mein, unser Kater isst auch Brot, aber insofern vielleicht gar nicht so unrealistisch. Hey, das sind nur viele von denen. Nicht anfauchen, hallo. Ist das nervig? Ich geb's auf. Gehen wir mal zurück, weil ich glaube, wir sind fertig mit dem Zwischenquest. Dann haben wir einen nämlich schon abgeschlossen und können uns die Belohnung gleich abholen. Was? Sie sind alle weggelaufen? Was? kommen Sie nicht mehr zurück? Das sind Sie alle. Das seid ihr ja. Alle drei. Sie sagen, Sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke. Cool. TP und MP geheilt und wir kriegen einen Jungfunkuss. Tick, trick und tracke. Für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran. Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja. Die Regeln der Slums. Sehr gut. Du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine Strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste der Ball eigentlich mit dem Geld sammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bahn nach ihm sehen? Nein, das machen wir später. Wenz hat gemeint, dass die drei Katzen hier Tick, Trick und Trac sind und Thunder ist eingefallen, dass das ja die Namen von den ersten drei Chocobos in meinem schon zwölfjährigen LP von Final Fantasy VII sind. Moment mal. Wir gehen jetzt nicht ins 7. Sondern Einkaufen machen wir auch nicht. Da können wir noch nicht rein. Das heißt, wir gehen einfach in die Fabrik jetzt. Oder zu diesen Ratten hier. Egal. Eins von den beiden machen wir jetzt. Der hat ja ein großes Schwert. Das ist da, wo der Blutfleck war, ne? Okay. Das ist glaube ich 2009 gewesen. Schnellanalyse machen, Ich bin mal so frei. So schnell zeigen sich die Bieste wohl nicht. Und was nun? Warten wir? Obwohl, lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Nein, zuerst Kiste aufmachen. Wir werden jetzt unsere Kampferstellung wieder zurück auf Cloud machen, damit wir ordentlich ein Reset betreiben können. Ja, einmal eine saftige Rundumkelle und alles ist okay. Ja, sehe ich genauso. Aber sie haben schon einiges an Schaden gemacht, also gibt's nichts. Moment, wo ist der Händler? Der ist da vorne, ne? Da ist der Händler eigentlich, das ist das. Ich bin nicht davon gelaufen, es ist einfach niemand da gewesen. Äh... Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Okay, muss ich mich bitte anschauen. Ähm... So. So, ich war kurz abgelenkt. Äh... Geht's da jetzt? Können wir nochmal hingehen und schauen, ob die Wehrraten kommen jetzt? Von mir ist angehende Scheißmele. Aber nicht die Wehrraten, die... die Aasraten eigentlich. Ja, das sind zumindest... das sind sicher... eher ein bisschen größer. Fertigkeiten-Analyse. Fertigkeiten-Analyse. Keine Chance. Fertigkeiten-Analyse. Vorh Fr. Fr. H. R. Ritter, Kraut. Ja, okay, jetzt könnten wir beschweren, unseren Zauber, also unseren... Ey, so nicht. Da stirbt Kraut gleich mal. Okay. Felix, Feder, Kraut. Fertig werden. Fresselung. Wir werden uns gleich mal heilen. Ich muss nicht schlappen. Dann können wir noch eine Entfesselung machen. Machen wir noch eine Entfesselung. Ich zähl auf dich. Ich zieh dich zurück. Machen wir noch einmal wieder auf Klart. Also ich verwende den Beschwerungszauber absichtlich nicht. Okay. Das ist noch nicht vorbei. Erzähl mal, was euer ist. Wir haben die Klaut totgeknuspert. Aber wir haben den Auftakt geschafft. Das ist das Wichtigste. Ohne großartig irgendwelche Gegenstände zu verbrauchen und ohne den Sammern zu bemühen. Ich glaube, das wäre das Oberkill gewesen. Herein, spaziert, herein, spaziert. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasratten tötenden Alleskönners ist. Wir sind jetzt der Aasratten, der tötende Alleskiller. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Okay. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. So, wieso ist das jetzt markiert? Der kostet weniger, oder wie? Wie, was heißt das 100% hier? Wir handeln. Oh. Ah ja, das kostet einfach weniger. Ah, die Hälfte kostet es weniger wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Genau. Wir handeln haben wir noch nicht, ne? Können wir uns eine gleich kaufen. Wir haben nicht allzu viel Geld, aber... Äh... Äh... Okay. Wir können uns nur einen kaufen und dann... Ist der... Ist der... Ah. Okay, und... Okay. Ich verstehe schon. Das heißt, er hat nicht... Er hat nur eine begrenzte Anzahl von... Von... Äh... Von diesen Gegenständen auf Lager, die etwas billiger sind als normal. Oder die deutlich billiger sind als normal. Äh... So... Wo holten wir jetzt hin? Wir können da ja zurückgehen, ne? Wir können auch gleich zur Fabrik gehen, eigentlich. Wir sind die voll geheilt. Also, aus irgendeinem Grund hat uns der... Das Abschließen von dem... Oh, what the fuck is hier los? Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Johnny wird doch wohl nicht... Ey! Hau! Halt! Widerstand ist zacklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Schlammratte! Piep, 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 piep! Ah, 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 ah! Was war das? Bist du bescheuert? Ey, Alter! Lass den Scheiß! Johnny wurde zu der Sache verhört. Und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl. Diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Er war es ja gar nicht, ne? Das hat ja Everlands gestohlen, ne? Er hat mitbekommen, dass wir hinter Everlands stecken. Und leider klappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ja, ja, wir machen das schon. Wir machen das schon. Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Wäre doch nichts als Flausen. Schnell laufen, schnell laufen. Bevor wir da Johnny das Schweigen beibringen. Das ist die hässlichste Version von Jocobo Theme, die ich je gehört habe. Oh Gott, ist das schlimm. Aber wir haben sie jetzt zum Abspielen. Ich bin überzeugter Pazifist. Natürlich bist du das. Cloud, hinter die Container da. Du bist schon genug nicht. Okay. Du überhaupt. Ich hab doch gar nichts getan. 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 Wir machen nichts vor. Das war deine ID. Du hast das Lager betreten. Quatsch! Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Chindra-Lagers wagen. Okay. die wollen dass das ist die wissen ganz genau was los ist ich kümmere mich um den rest das mit dem abnecken funktioniert sicher urii urii sich kein problem lasst ihn gehen ist ein komplizier aus damit was los wer ist da dein freund und helfer in der not ihr seid es wir sind gerne ins rennen so wir wollen den normalen gardisten wirksam feuer niedere wachmänner sind keine erfahrenen kämpfer vielfältige angriffsmethoden wir können heiltrinke stehlen und sie haben lassen manchmal heiltrinke fallen dann können wir analyse auf den wachrund machen okay so verwende magie attacken um seine schockleiste schnell zu füllen und er ist anfällig gegen eis analyse und jetzt der elitagard ist nach geblockten nahkampfangriffen sind drang hohe wachmänner kurzzeitig leichter das heißt sie sind leichter auch wirksam also feuer ist natürlich gegen die auch wirksam dann wollen wir dann wollen wir jetzt mal heilen keine chance alles im Blick ja mach einen Nagafangriff, komm machst du halt keine Nagafangriff, auch kein Problem Ja, er ist blöd wie ein Busch, ja. Kostet deine Nervöser eigentlich eh keine Mauer, ne? Ich hab gar nicht geschaut jetzt, aber ich glaub nicht. Das ist cool, dass ich Johnny jetzt schon vorstelle, weil ich bin mir ziemlich sicher, Johnny ist der, der dann in Wall Market nochmal auftaucht, ne? Vorm Honeybee Inn, ne? Er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Okay. Gibt sie was zu holen noch? Kiste oder so? Keine Kiste. Skandal. Ah, Schienerboxen. Nichts drinnen. Okay, also abhauen. Zumindest haben wir Johnny geholfen. Oh, da kann ich... Da kann ich heilen. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Aufträge erledigen. Böses Marco. Böses Marco. Und wir können ihn mal speichern jetzt. Ich erkenne einen Verräter, wenn ich ihn sehe. Ja, Johnny ist sicher nicht jemand, der Geheimnisse gut bei sich behalten kann. Davon können wir ausgehen. Ich wollte jetzt allerdings noch in der Fabrik herumstöbern, glaube ich. Ist da nicht der Eingang auch hier irgendwo? Ah, naja, das hier. Genau. Also, wenn wir rauskommen, dann rechts irgendwo. Schnell weg von der Musik hier. Oh, was gibt's hier? Gibt's hier Kisten? Gibt's hier Kisten? Nein. Ah. Ja, der bin ich. Ich habe aber noch eine Idee. Ah, ich habe... Oh, muss ich mich erhoffen? Heiltränke? Ich habe genug Heiltränke. Äh, was wir noch machen wollen ist, ich wollte zu Jetly gehen und berichten von Männern, dass ich die Analyse-Sache gemacht habe, weil das ist ja wichtig. Das ist der Kind hier. Ich glaube, da geht's am schnellsten, oder? Kann ich da durch? Ich glaube, der Analyse-Kampfbericht ist fertig. Ja. Analyse ist fertig. Ich war der Einzige wahrscheinlich. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Jetly Fortschritte bei der Materieentwicklung und du kannst neuartige Materie erwerben. Okay, und ich kriege auch Sonderaufträge. Kannst du für einen geringen Beitrag freigeschaltete Waffenmodulationen zurücksetzen lassen und du erhältst damit alle verbrauchten Waffepunkte zurück und das heißt, man kann die Waffen quasi respecken. Okay. Analyse haben wir schon. Ah, Autovita. Die kaufe ich mir. Ich weiß nicht, ob ich sie oft verwenden werde, aber... Wobei... Das ist eine gute Idee. Okay. So. So, langsam. Wir müssen jetzt kurz mal umstellen hier. Wir müssen jetzt kurz mal umstellen. 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 Vielen Dank.